Das Wende kommt jetzt vom T-Spawn aus. Okay, fight. Let's fight! Au, bei mir ist jemand. Gut, dass du dich treffen kannst. Wie? Und ich bekomme nichts? Eine machen wir. Ich habe auch nichts bekommen. Du, das ist ein Sprecher. Weißt du, ich habe 75% höchste Kopfschutzrate, ne? Ja, die habe ich immer. Und ich bekomme gar nichts. Hey, ich habe die meisten Hörbarns Schritte, ja? Mit Trampelfuß und du reißt beim Lassfeld. Ja, du sagst zu mir, ist der leise. Ja, Sven, ich bin mit der 95, brauchst du nicht leise sein. Da hast du jetzt die Gegend und die kommen nicht einmal klar. Ah, okay. Ich bin ja mit der Prönus, die habe ich ja Ento und Jäger gespielt, ja? Annehmen, oder? Oh nein, neue Map, das kann ja auswerten. Wollen wir nicht mehr so Profi im Gegenteam? Ja, du. Ach, was für Profis waren, Hacker. Hacker, Hacker, Hacker. So sieht's aus. Hier geht er ganz schön negativ rein, muss ich sagen. Du kannst besser negativ reingehen und positiv überrascht werden, als positiv reingehen und negativ überrascht werden. Nein, das haben wir nicht mehr bekommen, weil das so negativ sind. Das hat er einige gehört. Lange Wartezeit, das sieht nach Agency aus, komm. Agency, Agency. Warum finden wir keine Runde? Ich sag ja Agency. Sven, wir haben einfach unsere Prediction gleichzeitig beider gegeben. Die Teammate im Show Toxic sein, wenn Sven die Map einfach nicht kennen. Die werden Toxic sein, wenn Sven ausdessen die Geisel kriegt. Ach, das ist die Geisel Map, ne? Ja, aber ich glaube, 5 von 10, ich glaube, das wird nix. Oh Gott. Oh, das. Annehmen oder nicht? Komisch, das kommt dran. Oh, ich glaube, wir werden uns richtig auseinandergerupft. Egal. Damit ihr einmal seht, dass wir das nicht mehr spielen. Oder warum ich gestern nicht das spielen wollte, glaube ich. Okay, 4 gegen 5, let's go. Alles klar. Aber ich hab' einen erstensplasierten Aufmerksam. Jetzt ist er da, weil es 5 Minuten braucht er zum Laden. Oh, die shit. Panda auch noch, äh, ist ein Panda. Na super. Warum nicht so weit weg von euch? Corona-Abstand. Also, 4 Freunde und Dusen. Hast da Aura schon. Komm, beginnt A. Der hat einen Plan, der hat einen Plan. Ja, wir machen Aura schon überlang. Aura. Okay, wie fuchst du das? Du, du gehst durch, verlierst und rickst dich auf. Oh Gott, oh Gott. 3 A. So ein gehätschelt. Einer sitzt in der Säule. Kriegen wir, den ficken wir. Aber der macht nicht. Juhu, Headshot. Einer ist links, glaube ich, Sven. Feit ist es einfach. Links. Links, 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 links. Boah. Ja, okay, gerne. Juhu. Das ist noch einer. Noch einer, ganz links. Der Panda, der macht's mir sonst mit dem Ding. Panda, Juhu, Panda. Jawohl, der Panda hat's gemacht. 5 Minuten laden. Sein Hecker hat das für länger gedauert. So, was kaufen wir? Rein da. Rein das hin. Och, nicht die AK. B-Rush, AK. Nee, nicht die AK. Komm, wir machen jetzt B-Rush. Gib mir, komm. Wenn man B-Rush. B-Rush. Hier vielleicht rein und dann machen wir B-Rush. E-Snack. Wo könnt ihr gehen? Er kommt? Hier links jetzt, ne? Links, genau. Theoretisch auch rechts, aber... Oh, da irgendwas. Aska. Jetzt ist er die geflasht, und jetzt machen wir die weg. Jalla, jalla, ein Kavala! Okay, einer rechts, einer mit. Geh wieder um. Zwei sind da. Einer ist rechts, einer links. Okay, die Bombe liegt mit auf dem Spot. Sven ist... Sven ist in so ein Mate fast reingelaufen. Oha. Also zwei ist in Mitte. Komm, links oben, über dir, über dir, über dir. Und dann hat er hinter dir gesprungen. Ach so. Weil über dir ist ein Eingang gewesen. Ja, gut. Ja, gut. Oh. Okay. Diegler, ein paar gute Flicks. Ich nehme mal die diegler. Dann machen wir das. Wie fällt das Geld gemacht? Wir spielen. Wir gehen mit. Wir gehen noch in der Mitte. Okay. Aber da kam er entgegen. Direkt. Der war auch motiviert, glaube ich. Machen wir. Machen wir. Kann nichts. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Ach. Ich verstehe das nicht. Die konnten hier 2. Runde kaufen und der 3. auch. Obwohl die verloren haben. Lol. Ähm. Kann man das nochmal angucken? Ich glaube nicht, dass die gekauft haben. Vielleicht haben die einfach reingekillt und dann, ähm. Ah stimmt. Okay. Waffe aufheben. Okay. Börasch. Seine haben die bessere. Okay. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Der Bombdreer läuft mit. Okay. Bombe liegt gleich Mitte tot. Ja. Ja. Ah ne. Er läuft, äh. Über kurz. Nachher. Alles klar. Ich mach über lang. Flash. Flash ist da. Alles klar. Ja. Aber. Aber sieht uns nicht. Aber sieht uns nicht. Mal weg vor mich holen. Aber weg gemacht. Noch einer bitte. Brücke. Warte. Nicht blockieren Sven. Das sind zwei. Ah. Einer ist durch. Einer ist noch. Einer unten. Einer unten. Einer oben. Ah ne. Doch nicht. Aufheben geplant. Easy way. Einer kommt bitte. Oben brauchen ne Mitte. Oh Gott. Scheiß. Einer kommt bitte. Ich bin blöd. Einer unten. Einer oben. Schade. Etan. Ender mehr. Einer hat Sven geflasht. Und dann auch noch gestorben. Hallo. War guter Anfang aber. Aber die haben nur einen guten. Ne die hat zwei. Ich fand die eigentlich beim Aufwärmen habe ich, erschuen. 27 zu 8. Fand die allen nicht gut. Einer oben wollte. Der ist jetzt auch schlafen. Der hat jetzt einfach nur geschossen beim laufen. Dann war es doch gut. Ja gut dann. Aufwärmen war ich auch gut. ja da ist so die möglichen die nicht so etwas hinbekommen über kurz das machen wir das machen wir jetzt aber muss vorher ich habe nur steh genau daneben im auto ich wollte die akku und mann in deutschland schwecken und da soll es sein was wo seine rechts auf jeden fall hat immer der wir selbst haben die schaden um aus einer anderen jahre schutz kann ja was werden dass ich immer kann das okay bombardiert ist aber okay aber wie hast du den gehört ich hab dir nicht gehört okay aber arg allein ging gerade mannischen sniper so nerven im spiel 66 die aktie sind die jahre nein 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 du hast nicht jungen die sind so gut wir haben ja noch alle diese awp ohne das klingt noch nie 100 dollar zu wenig für die akka sollte kaufen ich habe überlegen akka oder sg auch das war ich absichtlich, sorry Sven wie mache ich das? 5 er muss hier in den Dienst rein 5 und dann legen wir es ja einer kommt von hinten kann das sein ja mittelfrei und einer ist mittel du kommst mittel Sven einer kommt über oben bitte oben ist tot tot nice mit mittelerem ausdachsgemann und brüchenspien ich sage mal eine aber für irgendjemanden ich kann das sowieso nicht wieder aufspielen jetzt machen wir nochmal das war super ich habe auch geflasht, also 3 Flashes haben die damit auf vielfühlen nicht gerechnet das ist das eigentliche einer oben hinter uns bitte ab und down Sven, Blenden? Achso, ja. Da bist du für... Sven, du wärst ne schlechter Terrorist. Das mein ich ganz... Ich wär einfach zu nett. Das mein ich aber nur als Kompliment. Ich wollt grad Blenden! Warum beschützt mich keiner? Wo ist der? Witzel! Direkt mein Doppeltor da. Oh Gott, ich... fezzen Wurt phen Ich wollt die Bauwerzung nicht haben komm, wie das vor am Boden durch? Hallo, liebe짛le, hallo, hallo! Wir haben das nicht besseros長f Geht mir mal Waffen auf. E? Nee, einfach Licht.. die Jobmann mit G für wer will denn, wer will denn? Du hast doch nur ne Acker? also du wolltest Bombe wegwerfen nein, nein, der wollte die, der wollte die, der wollte Waffe fertig! damit hab ich auch nicht gerechnet na fein, nein, nicht fein VHP, Hilfe hat's gerade geholfen oh, Panda, du bist es, ich liebe dich ich hatte fein und Panda wie geliebt nein oh, Alter nein, ich hab mir vier schon direkt rechts an der Eck, ja, mega wer ist die Bombay? äh, niemand, die liegt mittendrin Sven? ich bin gleich tot oh oran für die holen oh okay 1 gegen 3 er holt die, er hat die Bombe da ist es wohl, ist wohl, ist Mitte oh Mitte, äh, T-Spawn bitte, 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 genau ja, Ponger oh, hier liegt ne AWP 5 Minuten Ladezeit und das einfach nur, um sein, um sein Krassigkeitslevel zu überladen jetzt wissen wir's so, alles klar, jetzt vielleicht schon mal wieder richtig, ja? ja, da vorne ah ja ich wollte halt nicht nur auswählen, hab ich einfach drüber, weißt du, ich war schon so vorbereitet ich war schon einen Gang, Gedanke nicht weiter zwei mal geflasht worden oh, jetzt n Ball, kann man die wegrauen? oah natürlich, du kannst ja fast spielen man konnte ja mal, glaube ich, Basketball spielen oh Gott der hat mich selbst geflasht, ich bin tot komm wieder einmal ja, 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 egal komm mal ein Fabian äh, Double Doors direkt in Mitte nein, Hilfe Swen ja da kommt einer ja, gelb hat aber easy oh oh, 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 oh rechts Swen, direkt rechts, da da war der Double Doors nein blockiert die noch nicht hast ihn gesehen tu es ah, scheit aber im Kopf vorbei na, knapp, oben hinten durch war geradeaus oder so hier oben da ist wenn wir so oft drauf der hofer hier eine kraft ja du und kippt das ist ja so viel eben aber vorher die gegner sind noch diese blauen punkte d vorher war ich weil ich auf dem kopf doch heute ist ja alles mit so viel zu behandeln okay und leise sein warum smocken wir uns selbst das ist eine heile betekt die ich verstehe ich vielleicht bis auf und zwei mitte zwei methoden oben von hinten und 60 habe ich den gedrückt der kommt überhaupt mit a kurz als als die scheiß akane 30 höchstens weiß ich ob es wenn sie noch mal schon gemacht ich glaube nicht bekommen nicht jinxen bitte an dem auch diesen jemka jemka der ist gut ich habe nicht gespielt im warm-up dann macht ihr keinen stück an am anfang mit japan zugeworfen ich habe die bombay ohne massen das ist ein krasser tecker weißt du aber sie wollen mir gerade die sg kaufen und habe ich habe eine ak wo willst du die sg kaufen das ist die größte aufwahl die ziele flash achtung das ist der sniper ich habe angst vor denen das muss man hier rüber rotieren da oben ja ich wusste dass du noch kommst du kleine nudeln dieser jemka man die schweißsniper aah die stehen da alle ja mach nicht nicht überraschend das war die ganzen schilligen hier rüber auf b noch genug zeit dafür ich komme nicht hoch den einzelnen habe ich weggemacht der jemka lebt noch einer ist mit noch auf jeden fall ich weiß sie noch zwei leben noch oder ja ne beide gehen zuerst die verschieben ja nicht gerade herkommen ja oh auch noch nicht auch kommt das wahrscheinlich selbst mann ich habe zu kacke und von rechts guck zwei bisschen voll kacke aber mann aber den ersten hätte ich kriegen müssen scheiße aber gut ich habe echo sein kaufst du mir was ja was willst du haben ähm gehe ich hier dahin anstatt mir in meine richtung zu werfen nein nein na gg wo bist du ja hinter dir ehre jetzt muss man so hast gar fein ich komm nach fack geht akkus so drei akkus oh gott ich habe irgendwie geschossen ok wir gehen a lang hast recht ist besser ok eine runde akkus schmissen ich hab mich aus es war es hier bis ich hab's ich hasse ich weg mit bitte rechts autos wenn ja so ein headshot lächerlich hinter uns meldet mich sehr schön ist er links von ihm 3 2 1 solchen sonst gestorben sein wenn links und ich kann allen kaufen ich habe ganz viel cash ich habe es nicht nicht so ist was soll ich meine p30 oder merkel auch kann ich noch kaufen lege zufrieden von der warte panda panda mensch der rechne nicht mit freundlichkeit das ist ja das ist immer noch die bombe nicht das ist belastend immer dieser sniper mann hier kommt von von uns ausbauen dahinten durch wie lange laufen sind das ist belastend ist nicht serviced und wie geht es so ich sehe ich die snipe von irgendwo ich bin voll nervig ach verschrocken da war auch keine schnitteln na gut ich kann wieder kaufen kann da auch kaufen auch panda okay kann noch nicht ganz kaufen ich habe nur 4.000 wenn ich euch jetzt habe zu und dacke jetzt musst du den gebets spielst du weißt du musst du brauchen ein ace machen wow das ist meinstwaffe die ist krass jetzt gehen drauf weißt du wer diese kanate geworfen die köder? die war ich ja die ist unser spawnerland ich weiß damit habe ich nicht gerechnet und 321 wenn es so wow so der aggressive stimmt das ist ein sniper passt bloß auf ja es ist immer der gleiche ja der hinter dir alter auch gott noch zwei war das seitenwechsel ich weiß es nicht also ich glaube ich gehe auf b ok ich mach dann a lang und zwar macht dann kurz was sagt kurz denn hilfe die schlechte boschel boy ist eine stunde nach ich bin gar nicht nach einer mitte und eine doppel so zwei doppel aus 202 die einer folge nein es war hinter dir aua ohne die chemka werden die voll verloren ist so ja ohne die gegner blau ey ja gut ohne Wurzeln fallen wir auch verloren nee gut heute war einfach ein tag zum lehren und sagen wir Sachen das sind wir sind einfach hinten in den sparen und dann erwarten ich das nicht da habe ich nicht gerechnet alles gut hat eine Lüfte immer vor mich ich habe Angst zu gehen zu gehen das macht er jetzt ok mit ist auch eine 2a hä wie war das denn auch kommen eines der mitte ist durchgepusht hm chance ziel lieber ein bisschen genauer verstehe ich nicht ich habe so auf deinen kopf geschossen connect einfach nicht ich möchte mich einmal entschuldigen dass ich das geschenkt habe vorhin als ich gesagt habe wir fünfmal leseinander gewonnen ja 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 ich bin stolz auf mich okay mehr sehe ich nicht das aber auch mit ihr werden die Bombay Jungs hätte der Mercedes sein geradeaus hätte er mit sich die Alarm 2 dem 2 aber gemacht mit dem 2 aber das wende kommt jetzt von vom T-Spawn aus das feilt das feilt bei mir ist jemand gut dass du dich treffen kannst 2 wie viel Leber genau der hat noch 100% nach dem Leben gut du hast schon im Kreis herum geschlossen vor allem ich sag das ist feilt und du schießt weiter alles klar dann jetzt ich hatte einfach hinter mir wer jemand ne ich wollte gerade sagen feilt hinter dir ist safe aber aber ich schießt Sven auf dich vor allem ich hab nur dieses hinter mir gehört ich hab so feilt vor allem Sven macht erst Einzelschlüsse dann sag ich feilt ist das und dann mach Helder durch das war richtig motivierter ich will mich gar nicht weil ich dabei hab ich komm rüber durch die mitte wo wir schenke ich bin doch nicht über dem auch gott hilfe ich hier noch was selbst meine links habe ich gehört ich ging gucken ja ich bin ich ja ich hoffe auch granate einfach in den gang man kann ja nicht durchrennen das ist dumm wenn wir doch zwei aber ist alles klar der an deren zweiter besser als unsere glaube ich blenden gegen ein bisschen daneben kann es sein ok a ist frei bis hin also alles nix ok kurz ja du hast die seite ich vertraue ich werde jetzt auch schon von team ist angeschossen bewusst angeschossen in der mitte ist ein sniper zwei sind im gang da ist noch einer ich umlauf die ok ok über b kommt er könnte gegen kommen nice ich glaube das war der sniper oder war da drüben nice fight die so legal einfach vier kills juhu krass oh gott fast ein teammate geneift das war ich ich habe nicht hingeguckt tut mir leid ich kann kaufen ich wurde mit einer arve auf den fuß angeschossen so ich habe noch eine brücke nach der gekauft ich habe irgendwie angst hier lang zu laufen ich habe das gefühl dieser champ zeigt gleich mal wieder seine hex an weil der russer ist und dann schreibt er mich hier durch der hat hexen weil er russer ist ja russer haben immer hex oh shit ok scheiße der russer hat es gemacht der ok der hat seinen hex angemacht der hat seinen hex angemacht aha bomb bei uns oder was das papier egal wo es eine hex angemacht ach so wir sind eh zu zweit ja ok halt bisschen merkwürdig tatsächlich er hat mich halt gewonnen der hat seine hex angemacht ja ich glaube ich habe es wirklich etwas angemacht also irgendwie weg geholt hat habe ich noch nie gesehen ich habe den planken geworfen es ist eben sprung so hätte ich gesprungen aber im one-click geben gegen headshot krass deswegen was wäre nicht möglich gewesen keine ahnung wie es bisher ist aber ja andere besit kommt deswegen brauchen wir da gute menschen da können wir auch die gegner spielen gegen die normalen das sind doch viele menschen was wir auch haben ich will ja wirklich was andere macht okay zwei gehen da gehe ich b und zweimal muss man bitte machen toxik versteckt sich hinter der türen versteckt sich bei das in der gasse ich spreche die smog durch bitte hanna komm her wir kuscheln ich war es nicht ich habe eine mitte ich habe ihn gemacht ich habe mich so schnell mitbekommen aber hey, orange panda hat mich auch angeschlossen, ich will sie quitt äh, der hat einfach durchgesprayt 4 treffer, 44 schaden haha, panda, 50 terrorist win haha, oh nein der hat angefangen ich will dich bekämpft ich will den krieg drach mhhm haha, mhmmm haha, mhmmm haha, mhm ich meine, um fair zu bleiben, du hast ihm gerade den rücken – davor hat er mich angeschossen das habe ich nicht gesehen komm mit auf A ich hab's nun wieder gut gemacht oh! ja haha, hihihi was, wird so krass gewesen? der kommt durch! hass halt durch! noch einer noch einer noch zwei ich muss nachladen ich hab zwei geholt okay einer ist am spot okay geht's nicht mehr okay einer ist bei mercedes einer mitte einer mitte und einer an spot oh mitte wo mitte wo mitte da wo gelb ist wenn es diese alte nämlich die sieg drei nice nice ausgleich allerdings paket ist schnell ich habe ich bin aber prima kummi funktioniert gar nicht egal ja welchen die zeit ist so komisch weil leute rein wie sie ist also muss halt ich glaube gewöhnt gedrückt zu halten nicht ok einer mitte b ist ganz ruhig dann machen wir weiter ist nur noch einer ist bei mir dann fällt die umfacht jetzt der messer hat ihn jetzt das ist schon fertig ja nice ich war auf da oh oh Wut? Also jetzt mal ging das nicht, sorry. Gibt er mir noch 7,20 Schaden hier? Der hat nicht kurz einen Schock gegeben. Aber es lief auch gut. Ja, war nicht böse gemeint, der Schock. Hey, ich hab überlebt. Ah, sieh sie. Es war schon absichtlich, aber ich dachte eigentlich, das funktioniert nicht so wie letztes Mal. Ich will nur kurz, für kurz. Für kurz mal. Ich hab wieder Chemka keinen Bock, wenn ich jetzt auch ABB spiele. Weil ich treffe ihn sogar. Okay, er kurzes Granate. Ah, hä? Das wurde gesmoked. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Wir sind B, wir sind B, wir sind B. Okay. Das macht die, macht die, ich. Das ist nur noch, das ist nur noch die zwei Noobs. Die Noobs? Weil die sind ein bisschen Noobs. Alter ist das so ein Teil black für die. Einmal rechts oben ab, glaub ich. Obwohl, hm. Ich hab einmal Double Doors geguckt, da war noch nichts. Guck einmal weg und auf einmal kommen die in dem Moment von beiden Seiten. Oder sie sitzt da unten rechts jetzt? Obwohl, keine Ahnung. Ja. Ja, nichts machst du. Ich sieh. Ist da unten rechts. Ja. Ich fliege über ihn rüber. Jalla! Boah! Janik! Nein, Moni! Wart mal kurz! Danke! Oh Gott! Pistole! Nein! 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 Das war so ein cooler Grill auf den einen Typen. Oh Mann, ein Gelb braucht drei Jahre. Das ist so cool. Da kann ich nicht nur Gelb mehr verkackt. Das war so cool auf den einen Typen. Ich muss in den Kopf gesprungen. Das war so cool. Oh. 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 Er kann sich nix für. Der Mann hat einfach zu fett. Ja, wo war Geld denn? Was hat der denn gemacht? Der ist nicht in der Mitte gelb. Der ist nicht in der zweiten Spawnagschule gelaufen. Ich will nicht in der Mitte. Ja, wo auch. Wann war... 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 Ehm... Ey, Jungs, klar... Das ist alles gut. mit zwei mädchen mit xp Na doch da ist jemand, soll ihm bitte Hilfe. Woran schon hat noch einen weggemacht, Panda? Einmal noch Mitte. Einer der Mitte war halt Panda weggemacht. Weiß nicht ob du noch einen hast. Vielleicht zur Bombe gehen. Das ist doch jetzt ne gute Ausgangssituation. 4 gegen 1, 3 davon haben ne Awe. Oh, sieht aber schön aus eigentlich. Ja, nice. Ja, man hat aufgehoben, cool. Das ist doch doch mal für YouTube. Ich entschuldige mich. Ich hab's nochmal entschieden. Oder jetzt werden da Awe auch nicht aufpassen. Ah ja, das ist normal. Also normalerweise ist hier immer Awe Battle. Das sind die Standards. Ja, weil so Maze hat's einfach jedes Mal verloren. Kommt da welche? Ne, der von meiner eigenen. Oh. Oh, ich sag schon Bescheid. Oh shit. Ich bin blind. Ich auch. Oh, Sven, du bist... Sorry. War's gut. Noch 2 und 2 und 2. War's gut. War's gut? wird es ist auch dran die ich habe mich geholfen die die einwesersteigte führte denn nicht deswegen erhält sich recht muss dass er macht das tut es sein nein die ist falsch okay kurz ist er kurz der hochgesprung von brücke ich bin krass ja jungs ja hier die hauptsache kaum entschuldigt man sich fürs jinxen sieben spiele gewinnen deswegen spielt man das stimmt da war ja was den barbrücken dedication quick complaining look at my life feel my pain when it comes to me and you are not the same this is so far from